ARD Text im Auftrag von Funk Warum? Die gesunde Stille Wow Was läuft denn jetzt schon gut? Das war fast, man Alex, du bist wieder da? Ah ja, guck mal einer an Wahnsinn Was denn Leute, der hat uns erst mal richtig vernetzt? Ich weiß, aber trotzdem Ach man Ich trolle gerade rein, man Wir brauchen jetzt hier ne Charge Jo Ne Charge Das war keine Handgranate Keine Handgranate So Wir flashen gleich die Scheiße da raus Ich schweiß ne Drohne Ja, genau Die Drohne ist erst mal aus Die habt ihr erwischt Ja, habt ihr noch ne Drohne? Ich hab keine Drohne mehr Da sind zwei, drei Kapka fallen, aufpassen Okay, die Handgranate hat schon gewischt Wartet, wartet, aufpassen Oh, schön Duffy Aber erst mal zurückhalten 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 Warten Äh, Frostfall ist hier, okay Okay, Duffy, pass auf, ich möchte Beide sind im Raum drin, beide sind im Raum drin Kapka ist hinten Kapka ist hinten Was weiter Okay, Chris Habe einen Injured Da hab ich ihn abgeschossen Ja, hier Kapka direkt vor mir Grab die Hostage Nice, GG Leute Das haben wir richtig gut gelöst Alter Ja, die waren alle in einem Raum Alter, das hätte ich ja jetzt echt nicht für möglich gehalten Aber wir haben auch Deswegen halt gewonnen, weil die uns nicht flankiert haben Ja Richtig, richtig gut gespielt Das heißt, ich mich frage, ob ich einfach mal so rein rennen soll Ich mach's einfach Der Moment sieht sowieso gut aus Ah Duffy, sollen wir's einfach mal gemeinsam machen? Ach, er irgendwo rein rein? Dann sterben wir alle Ich bin fast immer nur rein Außer halbwegs der Runde Weil... Haha Also, okay Er ist da, so Jetzt stehenden wir so schnell wie möglich Die lauft ja vor hinterher Das wäre das Beste sein Gut, gut, gut Guck, guck, wir haben hier aber Oh, Legion Nice Guck, guck, wir haben hier aber Ahah One guy in ball, one guy in ball It's about three You stole that Nice, good job Nice call Ahah Scheiße man, Duffy Noch nicht so schnell Long Keep him three times Nice guy, that was really good Nice push Best Imperial Guck, du wach Duffy Ist klar Unschteid Du wach Nein, 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 nein Ich habe keine Okay. 4 Eliminate Als ob der das jetzt überlebt hat. Ah! Leck! Ich kann sagen, wenn da hinter dir einer kommt. Also von der Treppe. Ah, das ist gut. Aber auch nur von der Treppe. Soll ich die Kamera aber Richtung Treppe platzieren? Die ist schon Richtung Treppe. Ich kann doch gut gucken. Da kommt einer Richtung Treppe. Markiert, 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 markiert. Ist drinnen eine Waffenkammer. Ruhig mich hier. Gegen Deckung, gegen Deckung. Ich bin in B. Michi, sie packen. Kommt, sie pushen. Nein, nein. Mann, du suckst. Wirklich, du suckst. Das ist gut. Doof wie der Team war vielleicht nicht so schön. Okay, sie pushen dich. Doof wie sie pushen dich. Sie pushen dich. Okay, immer noch rechts einer. Erstmal links. Erstmal links. Können wir nicht nur um den linken. Ja. Können wir nicht nur um den linken. Okay, jetzt auch um den rechten. Eh, deaktivieren einfach. Los, 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 los. Defuse. Sie pushen. Hahahaha. Nein, du flieg. Nein. Ich hab nicht mehr an dich geglaubt. Das kann ja nicht sein. Ich dachte, sie tötet ihn jetzt. Hm. Aber ich steff nicht. Oh, was hast du denn für'n Lock? Äh, natürlich können. Natürlich. Es ist können. Absolutes können. Alter, ich glaub das nicht. Oh Gott. Was? 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 Ach, die hat 3 Hilfe. Was? Die ganze Zeit ist irgendwo rum. Hä, der war noch mal so. Alter! 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 Ist doch schön. Alter, oh nein! Was ist los? Das geht grad gar nicht. Loll, Alter! Ah! Der Foxy hat auch erst mal 300er Ping. Hä, normal! Ich soll vielleicht irgendwie hochkommen. Aber ich komm hier nicht hoch. Doch, da hinten. Hallo? Hallo? Alter! Warum ist der jetzt auch zu? Bitte helfen Sie mir. Alter, ich kann nicht so spielen! Wolf, warum ist mein Ping so scheiße? Alter! Das ist so als ein Ding zu verstehen. Wir sind zu gut eingestuft worden. Wir sind zu gut eingestuft worden. Ich... 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 Ich mach aber gar nichts mehr. Hallo? Hallo? Geht auf, oder? Ich würd mich gerne bewegen, dann... Opa B geht auf. Aber ich hab doch mal ein Ding sein gesetzt. Was? Was war da? Ein Bar war was? Diffuser... Diffuser und Mark! Also Diffuser ist blue. Diffuser ist blue. Diffuser ist blue. Diff波 Ist klar! Alter... So kann ich nicht spielen. Ja, ich auch nicht. Ander ist ganz real. Ich hab mich noch nicht richtig bewegt. Ja, der ist... Keine Ahnung. He's in. He's pushing too. Nice call. Alter, diese Legs. Ja, ne. Okay, ich flieg quasi, ne? Ja. Ich hab mich noch nicht mal hingelegt. Alles klar. Also ich hab mich hingelegt schon, aber in dem Moment, wo ich mich hingelegt hab, hat's nicht gelegt. Halbe Minute später bin ich ganz woanders. Alles geplant. Woher ich denke, ist das ein... Ich hab dann, wie kann's das ein... Ich hab dann, wie kann's das ein... Ich hab dann... Von mir ist der Letzte. Nichts von Chris, von uns aus so. Ding. Ach da, ja, aber von uns aus. Ach so, von euch aus. Ach so, ja, von euch aus. Ich hätt nicht gedacht, dass er da am Ofen ist. Das war knapp, ey. Der war zum Glück ziemlich lit. Aber das war der nicht, das war der nicht. Hä? Hat er geschrien? War nicht. Irgendwas kommt auf B, glaub ich, oder? Keiner von uns ist auf B, ne? Alles klar, wie schnell zieht er denn? Das ist voll unfair mit dem Schild. Okay, du hast die Kontrolle hoffentlich. Ah, hier war ein Dropper auf ihm, ne? Der Führer liegt und... und ping. Mit B kommt was? Ein Blick. Wow. Der Führer... Nein, Chris! Ja, verhört, wenn alle drei in der Ecke sind, ne? Ja, den letzten kannst du jetzt verhören. Ich hab's getan, Chris, oder? Ja. Ja, zum Glück ja nicht als letztes. Egal, was passiert. Du schlaust mir immer das, ey! Und du tötest mich in Star Citizen, fast. Ey, das war zum Test weg. Okay. Okay, anders. Ist das eine Pistole? Ja, die geht zum Top. Ich pisse auf die Gegner. Mario, kannst du dich mal bitte da runterlegen? Mario, sag einfach ja oder nein. Äh, ja. Ach so, Lars. So, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt. Ja, Tanzverbot ist am Start. Zau. Die Achtabanne geht so ab. Die Stänze mit der Gänze. Ja, da war da. Ja, da war da. Ähm. Ich glaub nicht. Oh mein Gott. Ja... Vielen Dank.